Es kommt raus. Ich meine, viele haben es jetzt schon, viele hatten es auch schon vorher über eine gehackte Switch. Hätte ich theoretisch auch machen können. Ich habe noch eine frei verfügbare, die ich theoretisch hacken könnte, aber ich habe eh schon genug zu tun. Von mir aus hätten wir auch Zelda noch einfach ein bisschen verschieben können zum Aufarbeiten, aber dann wären wir neue Sachen gekommen. Also von daher gibt es für mich nie einen guten Zeitpunkt, wenn irgendwelche solche großen Spiele rauskommen. Aber ja, wenig verwunderlich, wenig verwunderlich, Metacritic 96, die Sache ist, es wird sich halt dann zeigen müssen, inwieweit Leute dem übereinstimmen. Also ich meine, das erste, also Breath of the Wild ist halt ein Spiel gewesen, bei dem ich sagen muss, klar, natürlich, es gibt bei jedem Spiel Leute, die das Ding irgendwie nicht mögen oder so. Aber im Gegensatz zu sehr vielen anderen Titeln, die halt mit so einer hohen 90 rausgekommen sind. Und dann einen Monat später gab es eben diese ganzen so, ne, so Red Dead Redemption 2 oder so, Leute, das Missionsdesign ist doch vollkommen kacke oder sonst was, ne, und hier und da alles. Aber Breath of the Wild ist, glaube ich, wirklich so eines dieser Spiele, bei denen hat sich das gehalten. Das ist auch konstant relevant geblieben. Das Spiel ist sechs Jahre alt und während dieser sechs Jahre ist, du hast immer Clips davon gesehen, weil es immer wieder was Absurdes gab, was Leute irgendwie gemacht oder gefunden haben. Du hast eine gute Speedrun-Challenge-Szene damit. Es gibt ja sogar eine relativ aktive Modding-Szene oder so für das, für das Ding. Und weil es eben tatsächlich leider nicht den großen Einfluss hatte, den man sich erhofft hatte, einfach weil du nichts daraus leicht kopieren kannst. Du kannst höchstens eine Ästhetik daraus kopieren, wie so Genshin das gemacht hat oder so. Aber die grundlegende Mechaniken und der grundlegende Aufbau und die grundlegenden Systeme und alles, das kannst du nicht eins zu eins, das kannst du nicht so leicht kopieren. Da musst du dein komplettes Spiel drumrum aufbauen. Du hattest so ein paar Versuche, wie irgendwie das Phoenix Rising von Ubisoft, was ich aber relativ lahm fand, weil das trotzdem einfach immer nur noch klassisches Ubisoft-Abarbeiten von den ganzen Dingern war. Nee, aber das Ding ist halt wirklich relevant geblieben. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil es ist eines dieser Nintendo-Sequels. Es ist jetzt nicht so ein Majora's Mask, wo es, okay, wir bauen das Spiel in der gleichen Engine, benutzen die gleichen Assets, aber wir machen einfach was vollkommen anderes daraus. Wir machen einfach das Zelda, was so weird und anders ist daraus, dass es halt bis heutzutage nicht nur in der Serie einzigartig ist, sondern allgemein einzigartig. Und Tears of the Kingdom scheinen von dem, was ich gesehen habe, natürlich schon Sachen so drauf zu stacken und das Ganze zu verändern, sodass es jetzt nicht irgendwie so ein Sequel wie Super Mario Bros. 2 oder Super Mario Galaxy 2 oder so ist, aber irgendwo, keine Ahnung, dazwischen. Und ich bin mal wirklich gespannt, ich bin mal wirklich gespannt, wie ich es finden werde. Aber noch viel näher darauf gespannt wäre, ich interessiere mich doch nicht für meine eigene Meinung. Meine eigene Meinung ist doch mir auch vollkommen egal. Das Einzige, was mich interessieren sollte, ist natürlich die objektiv korrekteste Meinung von dem größten deutschen Spielemagazin, was natürlich nur aus den absoluten Experten besteht. Und das ist das Einzige, das ist das Einzige, was doch heutzutage interessiert, ist doch die GameStar Review. Ich bin mal gespannt, ich bin gespannt. Ich hoffe, sie ist ähnlich gut gemacht wie die Redfall Review. Ich hoffe nicht, dass es wieder irgend so ein Kindergarten wird. Ich hoffe nicht, dass es wieder zur Hälfte aus Wikipedia-Zusammenfassungen und einfach irgendwelchen Beschreibungen, das ist im Spiel und das ist im Spiel und das ist im Spiel. Wenn ich nur eine tiefergehende Analyse als Satz in diesem Video habe, dann bin ich, glaube ich, schon zufrieden. Größtes deutsches Spielemagazin der Welt. Ja, genau. Erst mal eine Story-Zusammenfassung bekommen, ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas spoilert oder so. Klar, wenn ihr keine Gameplay-Sachen sehen wollt, Leute, dann... Wir wissen alle, wir wissen alle. Ich glaube, da ist man dann eher komplett auf Tiefgang gewesen. Ich war jetzt eigentlich von den Gameplay-Trailern nicht so sehr interessiert, aber so eine Review gucke ich mir dann vorm Start auch gerne an, ja. Ja, Phoenix Rising ist auch kaum systematisch. Ja, genau, das ist halt der Look und so Weltaufbau, aber wie du mit der Welt interagierst, ist halt vollkommen anders. Und das ist halt scheiße schwer. Das ist halt fucking unfassbar kacke schwer, weil du dein Spiel von Grund auf mit diesen Systemen aufbauen musst und alles muss die Regeln beachten. Und auch Breath of the Wild macht das nicht zu 100 Prozent. Auch Breath of the Wild hat bestimmte Restriktionen, sodass es halt jetzt nicht so zu 100 Prozent ein Immersive Sim ist oder so, weil es auch da natürlich einfach gerade bei dieser Größe so unfassbar fucking schwer ist. Die Möglichkeit haben sollte, pissen zu können. Ja, also nach Death Stranding ist es auf jeden Fall eine Mechanik, die ich finde, in allen Open-World-Spielen drin sein sollten. So, gerade wenn du irgendwie einen Charakter mit einem Penis oder so hast, wo es halt relativ einfach ist, sich halt jederzeit irgendwo hinzustellen und einen rauszulassen, das sollte mit einer Mechanik werden. Daher Tears of the Kingdom, das Evangelion unter der Säge und Sheepdog. Ein Wolf hat mir vor kurzum im Flohmarkt gekauft. Oh, nice. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Black Raymond, für die drei Euro. Vielen, vielen Dank. Spielen wir zum ersten Mal mit der Linken-Mod-Szenen von Szenen. Ja, ich hatte mir noch mal vorher ein bisschen was angesehen, noch mal reingespielt in Breath of the Wild, aber ich bin da eigentlich relativ, relativ so noch, dadurch, dass es halt immer aktiv geblieben ist, auch im Diskurs, war das jetzt nie ein Spiel, bei dem ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss es jetzt noch mal komplett irgendwie spielen oder so. Aber ja, ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt. Es gibt diese Spiele, die eigentlich keine große Einführung brauchen. Ich dachte gerade, ich dachte gerade, warte, habe ich den Sound ausgemacht? Nein, aber ich habe das GameStar-Dinger am Anfang gehört. Wo auch die, so, ich habe, haben die die Musik vergessen auszumachen? Oder soll es erst mal, okay, alle die Fresse halten? Weißt du, wie im, du sorgst für die meiste Ruhe, wenn kein Geräusch kommt. Wenn kein, wenn, wenn, wenn kein Geräusch kommt. Wenn du einfach nur Stille hast, dann sorgst du für die meiste Stille, weil Leute dann so merken, hm, ist da was, ist da was? Und von denen alle nichts weniger als absolute Superlative erwarten. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist eins dieser Spiele. Denn die Erwartungshaltung an den wohl wichtigsten und größten Release für die Nintendo Switch des Jahres 2023 ist immens. Und das hängt natürlich ganz wesentlich mit dem Vorgänger Breath of the Wild zusammen, der vor knapp sechs Jahren... Das ist, Leute, ihr müsst in eure Videos keine SEO-Tags einbauen. Dieses, das heiß erwartetste Nintendo Switch-Spiel im Jahr 2023, das ist, das ist SEO-Schreibe. Das ist dafür da, dass du eben noch diese ganzen Begrifflichkeiten irgendwie da drin hast oder so, das brauchst du in der Videoreview nicht. ... und vor allem mit seiner offenen Spielwelt für Begeisterung sorgte. Tears of the Kingdom baut auf diesem Fundament auf und jetzt... Search Engine Optimization. Dafür, dass die Sachen dann besser gefunden werden, wenn du halt bestimmte... Ist ein ganzes Thema. ...stellt sich natürlich die große Frage, ob es dem vielgepriesenen Vorgänger das Wasser reichen kann. Das ist... Das ist kein... Weißt du? Okay. Ich weiß, dass Leute sich teilweise immer so ein bisschen beschweren, wenn ihr so... Bjarke, warum bist du denn so kritisch? Warum haktst du denn darauf rum? Aber die Sache ist, dass ich mich halt sehr viel mit eben Kritiken beschäftige und natürlich, weil ich auch die Sachen selber seit... Also privat locker seit über 20 Jahren und professionell seit 15... Ja doch, also professionell seit ca. 15 Jahren eben schreibe. Sodass ich für die Arbeit bezahlt wurde, sagen wir so. Ich glaube, das ist immer so ein guter... So ein Ding, wo du sagen kannst, da hast du irgendwie professionell mit angefangen. Und das ist mir halt relativ wichtig. Und das heißt, wenn ich diese Standardfloskeln oder eben auch den Aufbau sehe, so das ist nichts Schlechtes, dieses... Ne, deswegen machst du das ja auch, weil es einfach ist. So, oh, da sind jetzt die großen Erwartungshalten dran. Und wie sind die... Und das ist aber... Das ist scheiße. Den wissen wir alle. Den wissen wir alle. Das ist so, was du nutzt, wenn du nicht weißt, wie du dein Video irgendwie... Oder deinen Text irgendwie anders anfangen sollst. Und deswegen ist es etwas, was bei mir dann teilweise irgendwie sauer aufstößt. Gerade wenn es irgendwie so bei einer Sache ist, von der wir an sich alle wissen. Ja, natürlich. Oh, Zelda, das heiß erwartetes Spiel. Natürlich, bla 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 oder sonst was. Das ist kein... Das ist kein Kontext, den irgendjemand noch zusätzlich wissen muss oder so. Deswegen... Es ist nicht schlecht. Es ist definitiv nicht schlimm. Aber es ist auf jeden Fall so eine Krücke, die mir einfach dann sehr, sehr stark auffällt immer. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen über 50 Stunden in der Spielwelt von Tears of the Kingdom verbracht und versuche jetzt genau diese Frage in diesem Testvideo zu beantworten. Viel Spaß. Meint ihr eigentlich, dass die Gamester irgendwann nochmal komplettes Redesign oder so von ihren Farben und sowas macht? Weil das benutzen die doch jetzt schon ewig lange, oder? Auch so diese Soundcues, die drin sind und alles. Ich weiß nicht. Ich glaube, das würde... Das sollte... Wäre, glaube ich, mal an der Zeit, dass man das wieder so ein bisschen erneuert. I don't know. Keine Ahnung. Never. Nee. Einfach mal so leichtes Redesign irgendwie machen. Ich glaube, das könnte man... Weißt du, das sorgt ja auch so ein bisschen nochmal für Aufmerksamkeit, dass es so ein bisschen aufregend ist. Andere Seiten machen es ja zwischendurch auch. Ich weiß gar nicht, ob bei der GameStar, wann das letzte Mal irgendwie so vom Branding her irgendwas geändert wurde. Du kannst ja... Du kannst ja bei dem Blau bleiben. So IGN ist ja auch immer rot geblieben. Und trotzdem hatten die auch Redesigns oder halt Redesigns, wie die Thumbnails aufgebaut sind. Und bei der Gamester sehen, glaube ich, die Thumbnails seit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahren oder so aus. Benutzten wahrscheinlich immer noch das alte Photoshop-Template oder so. Die alte PSD-Datei noch von irgendwie so 2015. Die Story von Tears of the Kingdom setzt einige Zeit nach Breath of the Wild an und das Königreich Hyrule kommt einfach nicht zur Ruhe. Held Link hatte zwar die große Bedrohung Ganon besiegt, doch als Prinzessin Zelda und er die dunklen Gemäuer unter Schloss Hyrule erkunden, lösen die beiden direkt die nächste Katastrophe aus. Versager. Sie erwecken eine modrige Mumie zum Leben, die mit unbändiger Kraft das gesamte Schloss in den Himmel schweben und Prinzessin Zelda in einen Abgrund stürzen lässt. Oh, Shit is going down. Link wird im letzten Moment durch eine mysteriöse Armschiene gerettet und erwacht einige Zeit später mit eben jenem verbesserten Arm auf einer der mysteriösen Himmelsinseln, die nach der Mumienerweckung über Hyrule erschienen sind. Nintendo einfach, okay. Okay, wie, das Erste, was wir, das Erste, was wir wissen, wir brauchen zwei Sachen. A, wie erklären wir, dass Link wieder irgendeine neue Fähigkeit bekommt? Und zweitens, wie schaffen wir es, dass Zelda so schnell wie möglich aus dem Plot rausgeschossen wird? Damit wir bloß, bloß sie nicht irgendwie als spielbare Figur noch jemals irgendwie einbauen wollen. Die Aufgaben sind jetzt natürlich relativ klar. Erst mal checken, was zum Teufel eigentlich passiert ist, dann die verschwundene Prinzessin Zelda finden und natürlich gibt's auch noch mit der Mumie ein Hühnchen zu rüpfen. Wie könnte es anders sein? Die Geschichte, die sich im Laufe von Tears of the Kingdom entsteht, Ja, auch da wieder so, es ist halt nichts Schlechtes. Es ist so was Altbewährtes, dann noch mal irgendwie den Plot aufzubauen. Ich meine, in so einem Spiel, ehrlich gesagt, das wäre so eine Sache, das würde mich nicht mal irgendwie interessieren. Das würde ich in einem Nebensatz oder so persönlich dann machen. Ist nichts Schlechtes, aber es ist halt wieder so dieses, so bisher ist es halt sehr 0815. So, du könntest das wirklich einfach schablonenhaft Texte einsetzen, so Textblöcke. So, hier kommt das und dann das und dann das und dann das. Und das ist deswegen so etwas, so dieser komplette Anfang bis hierhin. Das ist wirklich Arbeit, wo ich sage, ja, das kannst du von der KI schreiben lassen. Das kannst du, das kannst du 100 Prozent, wenn du darauf eine KI trainierst, du fütterst die irgendwie mit so GameStar-Reviews und dann machen wir mal irgendwie so eine Review-Einleitung für Tears of the Kingdom. Das könntest du garantiert so zu 95 Prozent in ein paar Jahren oder so kommst du da auf jeden Fall sehr nah dran. Das ist Arbeit, die kannst du ersetzen. Spinnend erzählt wie eigentlich jeder Zelda-Serienteil eine klassische Gut-gegen-Böse-Geschichte und wie die Trailer zum Spiel schon angedeutet haben, spielen darin sowohl Zelda selbst als auch eine Zeitreise eine nicht unwesentliche Rolle. Link trifft auf seiner Reise zudem sowohl einige alte Bekannte als auch zahlreiche neue Charaktere. Crazy! Mehr will ich hier aus Spoilergründen auch gar nicht verraten. Die Qualität der Geschichte ist crazy. Als Nachfolger gibt es alte und neue Charaktere, auf die man trifft. Wow! Ist aber in etwa auf dem Level von Breath of the Wild einzuordnen. Sie gewinnt keine Preise in Sachen ... Ich mein, das meiste ... Ich mein, die GameStar finanziert sich wie jedes Spielmagazin durch irgendwelche Lösungen und Cheats und sonst was. Und sobald irgendjemand irgendwelche Tipps und Tricks und Cheats und sonst was hochgeladen hat, weil so Newsflash, die meisten Leute machen diese Sachen dann auch nicht selber. Das wird dann einfach von irgendeiner anderen Webseite, so wenn es irgendwelche Cheats oder sonst was gibt, dann findest du die irgendwo und dann machst du dir selber einen Artikel damit. Und den Kram, also der wird auch garantiert irgendwann dann einfach. Weil das ist viel schneller. Das ist, warum irgendjemanden unterbezahlt da dransetzen, der das dann irgendwie händisch kopiert oder irgendwie nachguckt. Wenn du jemanden unterbezahlt dransetzen kannst, anstatt irgendwie fünf Leute unterbezahlt daran arbeiten zu lassen, kannst du eine Person unterbezahlt daran arbeiten lassen. Das einfach von so einer KI zusammensuchen zu lassen. Und du formatierst ... Ich mein, selbst die Formatierung auf der Webseite kannst du damit einfach übernehmen lassen. Kannst du direkt schon ... Ja, mach das genau in unserer Formatierung, wie das im Backend irgendwie drin sein muss. Und dann guckst du einfach nur noch mal kurz drüber, korrigierst vielleicht ein paar Sachen und dann war's das. Also, sehr viel Arbeit von der, der ... Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt Spielejournalismus irgendwie nennen will. Ich find, das ist immer so ... Das hat für mich einfach ... Das wenigste davon hat für mich mit Journalismus, ehrlich gesagt, zu tun. Aber sehr viel von der Arbeit kann definitiv erleichtert oder so zu 80, 90 Prozent ersetzt werden dann, ja. Sachen Wendungen oder Überraschungen? Sollte der Streamtitel nicht anders heißen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist gelogen. Das ist Slander. Das ist gerade ... Ich bin gehackt worden. Das bin nicht ich, Leute. Das ist eine KI, die das übernommen hat gerade. Oh ... Tears of the Kingdom ... Reviews, bla, 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 sonst was. Siehst du ... Oh Gott, das war die ganze Zeit schon da. Ihr könnt mir nicht das Gegenteil beweisen. Bis der Watt fertig ist. Auf Twitch könnt ihr nicht aktiv zurückspulen. Abenteuer. Wie schon im Vorgänger sind viele Story-Schnipsel auch optional und an bestimmte Quests gekoppelt. Auch wenn die Story also sicher nicht die größte Stärke von Tears of the Kingdom ist, ist deren Präsentation und Inszenierung dank toller Zwischensequenzen und guter deutscher Sprachausgabe auf einem hohen Niveau. Also kannst du sagen, genauso wie bei Breath of the Wild. Das hätte ich euch übrigens gerne auch anhand von eigenem Videomaterial gezeigt, aber das NDA von Nintendo hat uns die Veröffentlichung von jeglichen Zwischensequenzen untersagt, weswegen ihr bis hierhin Trailermaterial gesehen habt. Oh, fucking hell. Of course, Nintendo wieder. Weißt du, in dem Fall bist du doch eher so, wenn die Spiele mittlerweile eh so früh gecrackt werden, bist du besser dran, dir eigentlich nicht das Spiel irgendwie über die Presse oder so zu holen als Key, sondern du lädst dir einfach auf deiner gehackten Switch das Ding eine Woche vorher runter, spielst das und dann kannst du einfach zu Release oder zum Release vom Spiel einfach alles frei benutzen. So, who gives a shit? Du hast nichts unterschrieben. Who cares? Bitte! Ihr müsst ihm helfen. Bitte! So, aber jetzt darf ich. Von der Spielstruktur unterscheidet sich Tears of the Kingdom ebenfalls nur unwesentlich von Breath of the Wild. Wir haben es also wieder mit einem gewaltigen Open-World-Abenteuer zu tun, das dieses Mal sogar noch etwas gewaltiger ausfällt. Und das liegt unter anderem an den eben erwähnten und komplett neuen Himmelsinseln, von denen eine der größten auch als Tutorialgebiet fungiert. Hier lernt Link seine neuen Fähigkeiten, dazu komme ich gleich, und gleichzeitig auch mehr über die Sonau. Das ist eine alte Zivilisation, die nicht nur roboterähnliche Konstrukte und die Himmelsinsel baute, sondern auch für jede Menge cooler Technologien und Hilfsmittel verantwortlich sind, die Tears of the Kingdom noch mehr Sandbox-Charakter verleihen als Breath of the Wild. Links vermutlich wichtigste neue Fähigkeit, also zumindest habe ich sie während des Tests mit Abstand am meisten benutzt, ist die Ultra-Hand. Damit lassen sich entsprechend manipulierbare Gegenstände aufheben, drehen und miteinander verbinden. Komm, Nintendo, ihr hättet jetzt doch wenigstens die God-Hand nennen können. Komm, bitte. Die Ultra-Hand. Was dann gerade in Kombination mit den Sonauer-Items für teils abgefahrene Objekte und Konstruktionen sorgen kann. Wer beispielsweise ein Segel auf drei Baumstämme klatscht, hat in Windeseiler ein funktionierendes Floß gebaut, später kommen dann noch Raketen, Trampoline, Räder, Steuermodulen. Ich muss sagen, das krasse ist, weil die Sache ist, du hast ja ... An sich ist das ja wirklich etwas, wie es das schon in Nuts & Bolts gab, in den Banjo-Kazooie-Spielen. Ich weiß, dass auch ich immer sehr viel rummime oder so. Ist es besser oder schlechter als Nuts & Bolts? Endlich haben wir Nachfolger zu Nuts & Bolts bekommen. Aber es geht natürlich sehr in diese Richtung. Aber das, was Zelda hier einfach so viel besser macht, ist wieder die ... Wie leicht es ist. Ich würde einmal sagen, dass der Tiefgang von dem System wahrscheinlich nicht den von Banjo-Kazooie-Nuts & Bolts tatsächlich erreichen wird. Ich meine, dafür müsste ich es dann eben dementsprechend spielen. Aber der Kompromiss ist hier, dass du es eben ... Du musst nicht in so ein separates Menü reingehen und dann irgendwie irgendwelche Blaupausen und Items und sonst was freischalten. Sondern es ist einfach der Scheiß, den du findest. Und dann als ob es irgendwie mit Superkleber sofort aneinander bappen würde. Und dann hast du einfach so tick, 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 tick. Das an das dran und alles. Und diese Leichtigkeit, einfach sofort eine Idee zu haben und die einfach instant umsetzen zu können. Das ist halt, was ich daran so geil finde. Dass du nicht ... Okay, ich hab eine Idee, aber jetzt brauch ich erst mal sechs Stunden, um die umzusetzen. Oder ich muss erst wieder in so ein Lager reinfahren und dann in ein separates Menü reingehen, das bauen, das testen und bla, bla, bla. Sondern du kannst es einfach sofort machen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr angenehm. Module und vieles mehr dazu. Das ermöglicht dann auch Fahrzeuge wie dieses Ungetüm hier. Fuck yeah, einfach mit dem Panzer fahren, let's go! Wenn ihr jetzt Angst habt, dass sich diese Baukomponente zu stark in den Vordergrund drängt, den kann ich beruhigen. Es ist zwar ein starker Teilaspekt, denn überall in der Spielwelt verteilt finden sich etwa Stationen mit Material und es gibt Automaten, die so neue Items ausspucken. Größtenteils lässt sich das neue Zelda aber auch recht traditionell spielen. Genötigt werdet ihr zum Bauen tatsächlich nur an ausgewählten Stellen im Spiel. Deutlich ärgerlicher ist da jedenfalls der Umstand, dass das Platzieren und Drehen von Objekten hier und da etwas frickelig ausfällt. Okay, wie? Wie? Gekämpft? So, ich kann sehen, dass du damit Probleme hast, aber was ist daran frickelig? Erklär es doch! Erklär es doch! Weil das ist wieder... Ich weiß es nicht. Ist es wirklich aus irgendeinem bestimmten Grund schwer, damit umzugehen? Oder bist du einfach nur inkompetent und kannst damit nicht umgehen? Erklär das bitte! Das ist genauso, wenn Leute immer sagen, oh, die Steuerung ist schlecht oder ungenau. Erklär es! Geh drauf ein! Sag das! Weil, ne, die gleichen Leute, die sagen, oh, Resident Evil 4 hat eine schlechte Steuerung, den kann ich einfach bei gar nichts glauben, wenn sie irgendwas sagen, es hat eine schlechte Steuerung. Und deswegen solltest du halt die Dinge immer erklären, anstatt so, ja, ich hab hier halt Probleme. Und wo ich mir halt denke, das ist eine ganz normale 360-Grad-Bewegung, wie du auch Items irgendwie so rumrotierst und drehst. Und aus der Ansicht sieht das für mich einfach vollkommen in Ordnung aus. Und da weiß ich nicht so, ich kann mir vorstellen, dass es hakelig ist, ich kann mir vorstellen, dass es Probleme hat, aber sag doch einfach mehr als zu sagen, ja, teilweise ist es irgendwie hakelig und dann lässt du kurz irgendwie eine Szene laufen, wo du... Und das ist ja nicht mal ein komplexes Objekt, dass es ja wirklich einfach Tetris-Blöcke ineinander stecken oder so. Gekämpft wird in Tears of the Kingdom natürlich auch. Link setzt wie gewohnt auf Nahkampfwaffen wie Schwerter oder Holzprügel, als Schutz dienen Schilde und für den Fernkampf wird der Bogen eingesetzt. Oh, ich mag den... Ich muss sagen, was die sehr gut hinkriegen, ist die Tiefenschärfe. Setzt. So, ne? Man sieht das, wie dann der Hintergrund diese, ne? Die Tiefenschärfe eingesetzt wird. Das ist so effektiv, um eben auch natürlich dann die Dinge im Vordergrund ein bisschen besser wirken zu lassen. Ich finde das generell ganz interessant, wenn halt mit so Kameratechniken gearbeitet wird, eben auch in Spielen selber, wenn es ihnen dann gut gemacht wird. Und hier kannst du es eben wirklich sehr, sehr gut einsetzen für den Effekt, dass du eben den Vordergrund besser vom Hintergrund dann trennen kannst, was dann eben wichtig ist, ohne jetzt die Sachen aus dem Hintergrund aus dem Auge zu verlieren oder dass sie halt schwammig werden oder so und du nichts mehr irgendwie wahrnehmen kannst. Finde ich wirklich super gemacht. Also generell auch der ganze... Das war ja schon bei Breath of the Wild super. Auch der ganze Look and Feel. Ne? Ich habe ja sehr viel immer über UIs oder so auszusetzen, aber die von Breath of the Wild finde ich halt wirklich super. Die finde ich wirklich super und ich mag auch, dass das Spiel ohne UI funktioniert zum Großteil und dass du viele Sachen ausstellen kannst. Aber zum Beispiel so die Stamina-Leiste, dass die einfach so... Wo guckst du beim Klettern hin? Natürlich guckst du auf Link und die nähere Umgebung. Das heißt, die Stamina-Leiste ist immer in der peripheren Sicht. Du hast dann immer noch die Farbe, die sich ändert. Und selbst wenn du getroffen wirst, wird das sehr deutlich und du siehst es dann wesentlich besser, welcher Teil von den Herzteilen eben auch weggeht und so. Also das ist... Sie haben es auf jeden Fall so mit ein bisschen minimalistischem Design angepasst auf jeden Fall. Aber es ist immer noch so gut lesbar und hat auch einfach immer noch eine gewisse Persönlichkeit. Obwohl sie es so, ne, diesem aktuelleren Design-Trends irgendwie angepasst haben, ist es trotzdem nicht von Persönlichkeit befreit, wie das halt bei vielen anderen UIs ist. Und ja, auch im neuen Zelda gehen die Waffen wieder nach einiger Zeit kaputt, was immer noch ein ziemliches Ärgernis sein kann. Oh, das wird Easy-Klicks, Leute. Das wird Easy-Klicks. Oh, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon sowas drauf. Weißt du, erst mal nach dem Wochenende Ersteindruck-Video hochladen und dann ein, zwei Tage später auf jeden Fall noch mal was zum Waffen-Diskurs. Easy. Easy-Klicks. Easy 10k. ... des Spiels noch ziemlich rasend. Durch Links zweite neue Fähigkeit, die Synthese, wird dieser für viele ziemlich gravierende Kritikpunkt aber zumindest erträglicher gemacht. Denn mit der Synthese lassen sich jetzt Ressourcen oder Items an Schilde und Waffenklemmen oder sogar zwei Waffen miteinander verbinden. Das sorgt dann je nach Kombination für eine Fähigkeit. Ich verbinde jedes Schwert mit einem Stein und mache es dazu automatisch zu Excalibur. Verbesserte Reichweite oder andere Effekte erhöht aber vor allem die Haltbarkeit von Schwertern und Schilden. Ähnlich wie bei der Ultra-Hand ist die Bedienung hier aber etwas umständlich, denn wenn die Synthesematerialien nicht gerade herumliegen, müssen sie erst im Inventar in die Hand genommen und auf den Boden geworfen werden. Danke! 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 Eine Erklärung! Oh, es geht ja doch! Hervorragend! Oh, du sagst, dass es ein bisschen umständlich ist und dann erklärst du, warum es umständlich ist. Yes! Warum nicht immer so? ...werden. Eine Funktion direkt im Menü gibt es leider nicht. Etwas weniger umständlich ist die Synthese bei den Pfeilen, denn jedes Geschoss lässt sich über das Menü ziemlich fix mit allem kombinieren, was so im Inventar herumfliegt, was natürlich zum Experimentieren einlädt. Insgesamt spielen sich die Kämpfe ziemlich gut, erfordern aber auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Denn wer Gegner nicht anvisiert und Linksausweichmanöver nutzt, beißt schneller ins Gras als in vielen anderen Zeldas. Außerdem kann er nicht dank der ... Aber was macht es denn dann den Unterschied zu Breath of the Wild? Also, oder ist es, oder meinst du, es ist genau wie Breath of the Wild? Weil viele andere Zeldas so ... Okay ... Weil du konntest, auch wenn du halt nicht aufgepasst hast, du hast irgendwas ins Gesicht gekriegt, das hat dich umgebummst. Und ich meine, das waren auch mit die besten Momente. Wenn du halt irgendwie so eine Kettenreaktion freigeschaltet hast, durch die du dann irgendwo runtergefallen bist, und bist dann einfach Game Over gegangen instant. Das ist so ... Breath of the Wild ist eines der lustigsten Spiele aller Zeiten. So, Breath of the Wild ist noch ... Es ist mehr Comedy Gold gewesen als selbst From-Software-Titel. Das ist ... Ich hab, glaub ich, bei keinem Spiel so viel gelacht und eben auch bei den ganzen Videos online über die Jahre so viel gelacht wie bei Breath of the Wild. ... der Zeitumkehr jetzt auch bestimmte Objekte zurückspulen. Funniest fucking Game. Also quasi die Zeit zurückdrehen und mit dem Deckensprung durch Decken schwimmen, was ziemlich abgefahren aussieht und teilweise fast schon wie ein Cheat wirkt. Denn so lassen sich viele Passagen, in denen es in Breath of the Wild noch minutenlange Klettereien gebraucht hätte, einfach überspringen. Mit diesem Fähigkeiten-Set ausgestattet geht's dann nach ca. 5-7 Spielstunden runter auf die Oberfläche von Hyrule und böse Zungen könnten behaupten, dass es sich Nintendo hier ziemlich einfach macht. Schließlich ist es tatsächlich dieselbe Spielwelt wie in Breath of the Wild mit all ihren markanten Landschaftsformen und Orten. Link erkundet also beispielsweise erneut die Gerudo-Wüste im Südwesten der Karte, klettert bei den Goronen auf den Todesberg, besucht die Orni in den kühlen Regionen von Hyrule ... I get it, I get it, ihr kennt die Gebiete. ... und stattet den Wasserwesen Sora an Besuch ab. Generell könnt ihr von Anfang an praktisch überall hin, was auch einen großen Reiz ausmacht. Es empfiehlt sich aber trotzdem, den Hauptmissionen zu folgen, weil die nämlich besonders interessante und storyrelevante Punkte in der Spielwelt markieren. Und natürlich, sehr vieles dürfte allen mit ... Ja ... Yakuza, Leute, okay, wo ist das Problem? ... viel BOTW-Erfahrung ... Nee, aber auch so zum Beispiel ... Es wurde grad einfach ... Das meiste, was passiert ist ... Es wird einfach nur erzählt, was im Spiel drin ist. So, ich kriege eigentlich mehr eine ... Es ist mehr eine Information ... Es ist keine Review, es ist kein Test. Es ist halt mehr einfach ein Wikipedia-Beitrag als Video. Es ist einfach mehr ... Mir wird erklärt, wie das Spiel funktioniert. Was halt auch seinen gewissen Reiz hat, aber das ist keine Review, das ist kein Test. Das ist einfach nur ... Da kannst du einfach auch Zelda Tears of the Kingdom in fünf Minuten erklärt oder so machen. Und dann einfach sagen, was es irgendwie in dem Spiel gibt. Weil das Maximale, was ich hier nämlich gerade wieder rausbekomme, ist nicht, dass irgendwie so Big-Picture-Sachen oder irgendwie auch mal Tiefdinge ein bisschen tiefer gegangen wird. Sondern so, dass das Maximale, was ich erwarten kann, ist, hier gibt es das, und dann wird in einem Satz noch gesagt, das ist gut oder das ist nicht gut. Und dann geht's weiter. So, ich hoffe, da kommt jetzt vielleicht noch was. Aber so wie das Ding bisher aufgebaut ist, erwarte ich das tatsächlich eher weniger. Wahrscheinlich wird sich mehr am Ende noch fünf Minuten über die Technik oder so aufgeregt, weil das halt super easy ist. Das kann man leicht machen. Da brauchst du kein Skill für, um irgendwie ... Oh, die Performance und Texture und blablabla und sonst was irgendwie abzurattern. Aber es wurden gerade die Fähigkeiten bekommen. Und dann eben so ... Ja, okay, wie wirkt sich das denn tatsächlich so? Es wirkt wie ein Cheat. Okay. Werden dadurch zu viele Sachen trivial? Was sind irgendwie die Designentscheidungen, die Nintendo getroffen hat, um das dann Ganze irgendwie zu nerfen oder in der Balance zu halten? Wie fügen sich die ganzen neuen Fähigkeiten mit den alten Sachen zusammen? Wie fügt sich das mit den Fähigkeiten des Bauens und der Items, die du jetzt eben auch verbinden kannst und so an? Aber es wird einfach nur Punkt für Punkt für Punkt abgehakt, aber nicht irgendwie, wie die Sachen zusammenhalten oder was die für eine Wirkung aufeinander haben. So, das fehlt einfach irgendwie bisher komplett. Red Fire, vielen Dank für das Prime-Abo. Ist das bekannt vorkommen, dennoch hat Nintendo auch an sehr vielen Stellen Details verändert. Dazu gehören beispielsweise die neuen Brunnen und Höhlen, die sich jetzt an vielen Orten in Hyrule entdecken und erkunden lassen. Und diese Entdeckungen sind jedes Mal ein kleiner Aha-Moment, vor allem, weil sich dort oft wertvolle Edelsteine oder Schatztruhen verstecken. Also, dieser Tipp, es lohnt sich in Höhlen unbedingt eine synthetisierte Steinwaffe dabei zu haben, weil oft viele Felsen kaputtgekloppt werden müssen. Aber das ist noch nicht alles. Denn die komplette Spielwelt in Tears of the Kingdom ist noch einmal unterhöhlt und über diverse in der Spielwelt verteilte Abgründe kann Link in die Dunkelheit unter der Erde abtauchen. Yo, Gravity Rush, let's go! Und das ist tatsächlich wörtlich gemeint, denn im Untergrund ist es stockfinster und wer hier keine Leuchtsamen dabei hat, wird im wahrsten Sinne des Wortes nur wenig Land sehen. So nett der Untergrund mit seinen schillernden Gewächsen und Farben aber aussieht, so spielerisch dröge präsentiert er sich auch. Hier geht's meist wirklich nur darum, den richtigen Weg zu finden und das Dunkel mithilfe der leuchtenden Wurzeln immer weiter zu erhellen. Holy shit, Kritikpunkte, let's go! Nicht geändert hat sich dagegen der Survival-Aspekt, den schon Breath of the Wild hatte. Denn überall in Hyrule lauern Gefahren und das nicht nur in Form der überall verteilten Gegner-Camps. Beim Schwimmen und Klettern gilt's beispielsweise stets die Ausdaueranzeige im Auge zu behalten. Weißt du, Link, das fette Stück Scheiße hat sich auch wahrscheinlich zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom einfach nicht bewegt. Und seine komplette Ausdauer ist wieder kaputt gegangen. Weißt du, ich hab meine Stamina so hochgearbeitet, so hochgelevelt in Breath of the Wild und jetzt ist wieder so, ne, ne, komplette Couch-Potato geworden, ich muss wieder bei Null anfangen. Ja. Hier sind nochmal alle Mechaniken aus dem ersten Teil. Glaubten oder erlegten Ressourcen diverse Gerichte zubereiten. Das füllt dann nicht nur seine Lebensherzchen auf, sondern kann auch andere Boosts und Effekte haben. Link einfach, oh, sorry. Sorry, ich hab noch unter den ... Leider noch unter den Folgen von Long-Covid, ja. ... haben etwa verbesserte Verteidigungs- und Angriffswerte, Hitzresistenz ... Ja, der Survival-Aspekt ist halt so, wenn du am Start ... Weil die Sache ist, dieser Survival-Aspekt und die ganzen Sachen, die sind halt nur interessant, wenn das wirklich herausfordernd ist. Aber sobald du z.B. einfach im Spiel Kleidung gegen alles hast, sobald du eine fertige Rüstung hast ... Nice übrigens, mein Bruder gerade, Kochobst. Aber sobald du halt fertige Rüstung hast, ne, du hast die Gummirüstung gegen irgendwie das Blitze oder so, du hast irgendwie eine Rüstung, die dich in der Wüste gehen lässt, die dich im Schnee oder so gehen lässt, dann wechselst du das einfach kurz aus und gut ist, dann ist es eher nervig, dann ... Oh, jetzt muss ich noch mal kurz ins Menü zurückgehen. Du musst keine Entscheidung mehr treffen, du musst nichts abwägen, du musst dich nicht auf irgendwas drauf vorbereiten. So, der Survival-Aspekt im Spiel ist am Anfang am stärksten, bevor du diese quasi Endlösung getroffen hast. Und ganz ehrlich, ab dem Zeitpunkt, wo du diese fertige Rüstung hast, dann kannst du mir auch einfach eine Fähigkeit geben, wo ich dann automatisch, ich hab einfach kein Problem mehr damit. Weil es gibt dann gefühlt keinen wirklichen Nachteil, außer vielleicht irgendwie in bestimmten Kampfsituationen dann, dass du so, oh, jetzt hab ich irgendwie das angezogen und das gibt mir halt nicht so gute Werte, aber ich muss es halt machen, weil Survival-Aspekt oder so sonst was. So, es ist auch halt cool, dass du die ganzen Sachen kochen kannst, aber wenn dein Inventar nachher so voll ist und du kannst halt aus der Luft, ne, du wirst irgendwie geboxt und kannst dich irgendwie noch währenddessen dann heilen, oder, ne, einfach wieder fünf Sachen einwerfen die ganze Zeit. Oder auch mit der Stamina-Leist, du kletterst irgendwo hoch und du musst nicht mal einen sicheren Punkt finden, um das dann irgendwie aufzufrischen oder dass du unbedingt dann vor dem Anfang des Kletterns was nehmen musst, was die Stamina-Leist erhöht, sondern du kannst einfach an dem scheiß Berg hängen und dann einmal kurz ein bisschen Holy Energy nehmen und dann geht's wieder weiter, ne, oder eben auch wenn du fliegst oder so. Das hat es in bestimmten Punkten, finde ich, dann auch zu einfach gemacht. Und gerade Master, ich hätte halt eher gedacht, dass das auch so ein höherer Schwierigkeitsgrad diese Aspekte mehr in den Vordergrund stellt, aber das hat da irgendwie auch gefehlt. Weil ich verstehe das, dass sie das irgendwie für die meisten Spieler irgendwie nicht machen wollen, weil die das dann vielleicht sogar mögen, dass es am Ende dann so easy wird und so, ah, jetzt hab ich das alles freigeschaltet und ich fühle, wie ich irgendwie mächtiger geworden bin. Aber ich wünschte zumindest einen separater Modus, würde versuchen mehr da irgendwie reinzugehen, dass es halt die komplette Spielzeit noch relevant bleibt. Rückklettergeschwindigkeit. Sehr angenehm ist, dass Tears of the Kingdom für einmal gekochte Gerichte jetzt Rezepte anlegt, die dann sehr übersichtlich die notwendigen Zutaten und entsprechenden Effekte anzeigen und Link die nötigen Materialien in die Hand nehmen lassen. Ein absolutes Highlight des Spiels sind erneut die Rätselschreine, von denen es in Hyrule und auf den Himmelsinseln wieder zig unterschiedliche gibt. Oh mein Gott, die scheinen aber dieses Mal auch unterschiedliche Designs zu haben. Es gibt Colorswaps dieses Mal in den Schreinen. ... und seine neuen Fähigkeiten vor mal mehr, mal weniger knifflige Aufgaben stellen. Mal müssen beispielsweise Kugeln auf Schalter oder Zielscheiben boxiert, mal Stromkreis ... Ich hab immer noch das Gefühl, als würde er mit mir reden, als wäre ich fünf Jahre alt. Also so die komplette Art von dem Video, sorry, aber das ist ... Ich hab immer so das Gefühl, als ... Ich weiß nicht, vielleicht sehen die ihre Zielgruppe auch dort? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich hab immer das Gefühl, wenn die Sachen so vorgetragen ... Weil in den freien Formaten ist das nicht so. Auch wenn so die Talkrunden sind oder irgendwelche Podcasts oder sonst was, dann können die auch ganz normal reden. Aber oftmals in den Videos hab ich immer das Gefühl, als ... unsere Zielgruppe sind einfach irgendwie Achtjährige oder so, die zum ersten Mal ein Videospiel sehen. ...reise überbrückt oder Kampftechniken gemeistert werden. Wer es bis zum Ende schafft, erhält ein Segenslicht, von denen jeweils vier Stück an Statuen entweder gegen einen neuen Herzcontainer oder verbesserte Ausdauer eingetauscht werden können. Im direkten Vergleich mit BOTW sind die Schreine in Tears of the Kingdom noch ein wenig abwechslungsreicher ausgefallen und man fühlt sich jedes Mal wie der Herrscher von Hyrule persönlich, wenn man ein Rätsel gelöst hat. Okay, was heißt abwechslungsreiche? Okay, was ist für dich abwechslungsreiche? Okay. Okay, alles klar. Die Schreine fungieren also erneut als ... Das ist ja objektive Worte, unter denen wir alle wissen, was damit gemeint ist. ... als Mini-Dungeons, aber keine Sorge, Nintendo hat auch ein paar große Varianten eingebaut, ähnlich den Titan in Breath of the Wild. Wer der Hauptstory folgt, entdeckt nach und nach mehrere Tempel, die alle ein anderes Thema haben, um jeweils eine bestimmte Spielmechanik und damit verknüpfte Rätsel aufgebaut sind und am Ende mit einem obligatorischen Bosskampf aufwarten. Oh, Spoiler! Für jeden beendeten Tempel erhält Link zudem eine neue Spezialfähigkeit über einen Geistbegleiter für den Rest seines Abenteuers. Ornietulins Windstoß versetzt dem Helden beim Gleiten in der Luft etwa einen ordentlichen Schub und der Angriff von Gehudo-Dame Riju verstärkt Links Pfeile mit mächtigen Blitzen. Einfach die Fähigkeiten hier wegspoilern, Gamestar. Vielen Dank dafür. Außerdem haben die Geisterbegleiter den netten Nebeneffekt, dass man sich in der Open World nicht mehr ganz so alleine fühlt. Eine tolle Ergänzung. Mindestens ebenso... Eines der größten Kritikpunkte, die viele Leute hatten, ich auch, waren diese vier Haupt-Dungeons aus dem originalen Teil. Und es ist jetzt so, okay, wollen wir vielleicht mal auf die Sachen eingehen und sagen, ob sich daran irgendwas jetzt in Tears of the Kingdom verbessert hat? Das ist doch vielleicht eine Sache, die Leute wissen wollen. Wenn du so, ja, ähnlich dazu und es ist halt ein Dungeon, du gehst halt durch und der ist thematisch optisch eingeteilt und dann machst du darin Aufgaben und am Ende kommt ein Boss. Ja, no shit, Sherlock! Okay! Können wir das mal irgendwie ein bisschen besser beschreiben oder so? Weil ich hab halt keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich hab das jetzt gesehen und ich könnte darauf nicht sagen, ob das jetzt exakt genauso ist, ob es die alten Probleme noch hat, ob es irgendwas daran anders gemacht wurde. Wie ist das im Vergleich denn dazu? Das ist doch somit eine der zentralsten Sachen, die doch Leute wahrscheinlich wissen wollen. Motivierend wie das Erkunden der kleinen und großen Dungeons ist das Aufdecken der Karte über die neuen Kartographietürme. Die sind natürlich an anderen Positionen als noch in Breath of the Wild und oft nicht direkt nutzbar, sondern mit einer kleinen Aufgabe verbunden. Die Tür zu diesem Turm hier ist beispielsweise ... Du musst erst in den Nintendo E-Shop gehen und 5 Euro zahlen. ... unter Schneemassen begraben, an anderer Stelle ... Aufgabe! Hole die Kreditkarte deiner Eltern! Einfach so Zelda, die so in die Kamera scharren. Und dann so, jetzt am besten warte, bis deine Eltern schlafen sind. Und dann gucke nach, wo sie ihr Portemonnaie aufbewahren. Hole die Kreditkarte raus und dann kannst du diese Nummern hier in das Feld eingeben. ... klemmt der Klappenmechanismus an der Spitze und, und, und. Auch hier kitzelt Tears of the Kingdom die Problemlösungs- und Experimentierlust. Dementsprechend ... Sei froh, dass du das PC-Games-Video nicht geschaut hast. Das war eine reine Spoiler-Shitshow. Ich weiß jetzt schon ... Dankbar schon alle Mechaniken und Wendungen in der Welt, danke. Haben die denn wenigstens Spoiler-Warnungen dafür gegeben? Weil ich find's halt auch vollkommen fair, an Day One über diese Sachen zu reden. Aber so gewisse Dinge sollten dann, glaub ich, eben schon irgendwie hinter eine Spoiler-Warnung oder so kommen. Befriedigen. Weil die Sache ist ... Ich hasse das halt, wenn du nicht über Sachen sprechen kannst, weil das das Video dann unnötig macht. Ich will, dass meine ... Ich will, dass zum Beispiel meine Beiträge auch noch in fünf oder zehn Jahren geguckt werden können. Und das ist dann zumindest klar, meine Meinung und sowas kann sich ändern. Aber ... Wenn das natürlich Einfluss darauf hat, eine gewisse Aspekte von dem Spiel auf, meine Meinung, dann will ich auch die benennen und darauf eingehen können. Und dann kommt das einfach in den Spoiler-Teil rein. Aber das ist auch so eine Sache, wenn du halt über solche Embargo-Geschisse dann teilweise bestimmte Sachen gar nicht erst ... gar nicht erst sprechen darfst oder so. Und deswegen hab ich da auch nie Bock drauf, bei solchen Sachen auf irgendwelche Day-One-Reviews oder so dann zu machen. Dann warte ich lieber, bis dann ... Okay, dann bring ich's halt erst zum Start raus und gut ist. ... ist dann auch die Sequenz beim Aktivieren eines Turms. Ich freu mich jetzt schon auf die ganzen Memes, die Leute machen. Das wird so hervorragend. Holy shit. Twitter, die nächste Woche wird wieder gut brauchbar sein. Elon setzt alles daran, um die Webseite zu vernichten. Aber Tears of the Kingdom rettet es zumindest für eine Woche oder zwei. Ich brauch doch jetzt nicht die ganze Sequenz sehen! Musstet ihr die Videolänge noch füllen? Musste das irgendwie über 15 Minuten kommen? Warum musste ich jetzt die komplette Sequenz jetzt schon sehen? Türmen gibt es überall in Hyrule, verteilt auch Ställe, in denen Link seine gezähmten Vierbeiner parken kann. Denn ja, auch die gibt's natürlich in Tears of the Kingdom. Die Ställe haben jetzt ein Bonussystem, ähnlich eines Hotels. Wer also bei neuen Ställen eincheckt oder die Services nutzt, kann Belohnungen einsacken. Die gibt's übrigens auch, wenn man in der Spielwelt fleißig die Augen nach den Krog-Wesen aufhält, von denen es wieder einige hundert gibt und deren Entdeckung stets an die Erfüllung einer kleinen Aufgabe gibt. I don't know. Das schien mir gerade wesentlich komplexer zu sein, als das Footage, was sie am Anfang gezeigt haben. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als ob die Person irgendwie Probleme gehabt hätte, da gerade das Rätsel zu lösen oder so. Weil du hast es ja vorher nicht erklärt. Du hast vorher einfach nur gezeigt, das ist hakelig. Und jetzt zeigst du es mit einem komplexeren Block, dass es irgendwie, oh, mit... Wahrscheinlich ist das späteres Footage gewesen und das vorher war relativ vom Anfang. So, okay. Hervorragend, danke sehr. ...geknüpft ist. Neu sind jetzt zum Beispiel die Transportmissionen, in der ein Krog zu einem mal mehr, mal weniger entfernten Kumpel gebracht werden möchte, was dann aber auch direkt zwei Krog-Samen beschert. Oh, cool, Baby. Das ist das, was ich wissen muss. Wird darüber noch irgendwas gesagt oder ist es einfach nur, das gibt's jetzt auch? Und natürlich warten in Hyrule... Okay, das gibt's auch noch. Alles klar, brauchen wir... Wir brauchen nicht weiter darüber reden. Wir sagen einfach nur, was es noch irgendwie im Spiel gibt. Das ist... Das macht die Kritik so viel besser. Da sind auch noch zig abwechslungsreiche Nebenmissionen oder ganze Quest-Ketten, sogenannte Episoden. Ich will hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ich habe unter anderem eine Band wieder zusammengebracht, für ein Klatschblatt gearbeitet, ein goldenes Pferd wieder beschafft, nur in Unterbuchse eine Gegnerhöhle gesäubert und und und. Viele Aufgaben sind bei genauerer Betrachtung natürlich nur Banalitäten, aber stets so charmant und mit der richtigen Prise Humor erzählt, dass man sich nur allzu gern von ihnen ablenken lässt. Und auch für das Endgame ist gesorgt, unter anderem mit optionalen Bosskämpfen, darunter die Griok-Drachen, die an unterschiedlichen Punkten in Hyrule warten und die meinem Link in den ersten Duellen ziemlich den Hintern versohlt haben. Schon der Vorgänger war ein absolutes Musterbeispiel und Meisterwerk in Sachen Open-World-Design und mit Tears of the Kingdom schafft es Nintendo dieses Kunststück noch einmal zu wiederholen. Es war mir auch nach zig Spielstunden nahezu unmöglich, direkt zu einem geplanten Ziel auf der Karte zu gehen. Die Spielwelt mit ihren drei Ebenen ist erneut der absolute Star, in Hyrule wartet buchstäblich an jeder Ecke irgendeine Aufgabe oder irgendein kleines Rätsel, die danach schreien erkundet oder gelöst zu werden. Tears of the Kingdom belohnt diese Erkundungslust in den allermeisten Fällen dann aber auch mit kleinen oder größeren Goodies und seien es auch nur Zutaten für die nächste Kochsession. Die Sogwirkung, die dieses Spiel entfacht, ist schlicht und einfach der absolute Hammer. Das muss nicht weiter ausgeführt werden. Du kriegst einfach, du kriegst Kram. Du machst Kram und dann kriegst du Kram und das ist gut. Was dieser Kram macht oder wieso, das ist egal. Du kriegst Sachen und es funktioniert und das reicht. Und das liegt nicht nur an der wirklich herausragenden Welt, sondern auch am Spielgefühl. Das ist nämlich einerseits sehr vertraut, durch die neuen Fähigkeiten aber gleichzeitig auch angenehm frisch, speziell durch die Ultra-Hand, die an vielen Stellen zum Einsatz kommt und die selbst Baumuffel reizen dürfte, hier und da mal etwas herum zu experimentieren. Erstaunlich ist vor allem, dass keine der neuen Mechaniken gezwungen oder aufgesetzt wirkt. Alles fügt sich so gut ein, dass man die BOTW-Fähigkeiten, wie etwa die Stase, überhaupt nicht vermisst. Schade ist dagegen, dass... Ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen mehr dazu! Alter, wenn ich so meine... Wenn ich so irgendwelche Aufsätze in der Uni geschrieben hätte... So... Erklär mal die Zusammenhänge zwischen... Ja, die gibt's... Da gab's halt das und dann gab's da das und dann kannst du... Nein, nein. Muss ich nicht. Ich hab bei der GameStar gelernt. Weißt du... Leute! Come on! Das ist einfach 16 Minuten lang und es sind so... Zwei, drei wirkliche... Wirkliche... Kritikpunkte drin... Oder was ist Kritik... Aber zumindest irgendwie so... Zumindest irgendwelche Aussagen drin gewesen. Und der Rest ist einfach... Da kann ich mir auch Wikipedia durchlesen. Es ist... Thank you. Ah, Gott. Ich muss noch mal kurz sagen, was das genau die Aussage war. Ich muss noch mal kurz sagen, was das genau die Aussage war. Ich muss noch mal kurz sagen, was das genau die Aussage war. Ich muss noch mal kurz sagen, was das genau die Aussage war. Schade ist dagegen, dass man in Tears of the Kingdom für viele Dinge immer noch in Inventaren herumwurschteln muss und im Eifer des Gefechts auch ganz gerne mal das falsche Menü oder die falsche Fähigkeit. Fähigkeit auswählen. Aber... Ich verstehe... Okay, du musst ins Menü gehen. Aber du willst ja auch aus so und so vielen Waffen irgendwie auswählen. Willst du ein Radialmenü haben mit 500 Punkten auf einmal? Oder... Was... Das Problem ist, dass ich es mir jetzt gerade schwer vorstellen kann, weil ich nicht weiß, was genau ist dein Problem, außer ins Menü reinzugehen. Aber wie würdest du das denn anders implementiert sehen? So, du müsstest ja dann darüber reden, so... Ah, man könnte es... Ich könnte mir vielleicht überlegen, das so und so zu machen oder sonst was oder... Ja, ich finde es irgendwie nervig, aber ich kann es zumindest verstehen, warum... Weil es... Weil es irgendwie so drin ist und so, wie sie es gemacht haben, ist es gut wie möglich oder keine Ahnung, warum ist das Menü nicht so und so aufgebaut? Ähm... Weil das ist mir einfach... Ich mag nicht ins Menü gehen zu müssen, aber wie... Versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so... So frustrierend dazu zu hören. Ah... Helmut, vielen Dank! Vielen, vielen Dank für das Abo! Vielen, vielen Dank! Hot, 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 hot! Infinite Radialmenü! Ja, das... Ich weiß halt... Aber das funktioniert halt auch nicht gut bei... Bei zu vielen Sachen. So ein... So ein unendliches Radialmenü ist halt super, wie zum Beispiel das Beyond Good and Evil damals gemacht hat für die Tastatur. Das ist hervorragend. Das einzige andere Spiel, was ich kenne, was so ein Infinite Radialmenü genommen hat, war Prey. Aber da waren halt auch deine... Die Auswahlen, die du hast, das wiederholt sich dann schnell genug. Aber wenn du irgendwie 50 Waffen, 50 Items, 50 Dinge zum Bauen und sonst was... Weil die musst du ja trotzdem in separate Menüs irgendwie einbauen. So, das ist so... Der Kritikpunkt ist, dass du in zu viele Menüs musst, aber wenn du diese ganzen Unterkategorien hast, wie willst du es denn anders wirklich lösen? Und dann zu sagen, ja, das dann irgendwie auf so Quickspot und sonst was, aber wie sind denn die Buttons schon belegt? So wäre das denn überhaupt möglich? Für was werden denn die ganzen Tasten schon benutzt? Und würde es sich dann überhaupt lohnen, gewisse Sachen umzuwandeln? Weil irgendwie schnell auf deine aktuelle Waffe zu gehen oder auf dein aktuelles Item zu gehen oder beispielsweise eben auch die Fähigkeiten einzusetzen, das ist ja wesentlich wichtiger, als jetzt irgendwie generell Waffen zu wechseln oder so, glaube ich. So, das ist ja... Ich kann mir halt... Durch das Video jetzt selber verstehe ich nicht wirklich, okay, ich muss halt ins Menü gehen. Ja, muss ich in anderen Spielen auch? Ist das in allen Spielen schlecht, dass ich ins Menü irgendwie reingehen muss? Oder könnten die das irgendwie anders lösen? Das ist einfach so stumpf irgendwie dahergesagt. Ja, das fand ich halt irgendwie ein bisschen doof, dass ich das machen musste. So, okay, cool, hervorragend. 10 von 10... Sorry, Tobias, du machst das doch... Du machst das länger als ich. Du bist länger als ich. Du solltest das so viel besser können. Ich bin einfach nur... Ich bin einfach nur frustriert, weil ich doch einfach nur will, dass es irgendwie... dass einfach nur der Qualitätsstandard besser wird. Meine Güte. Das sind dann letztendlich aber nur wirklich kleine Kritikpunkte in einem ansonsten nahezu komplett runden Gesamtpaket. Kommen wir zum Schluss noch zur Performance von Teerstoff. Weißt du, das beste Menü zum Waffenwechseln war halt Fucking Wonderful 101, wo du dann deine Streetfighter-Motion-Inputs hattest, um halt instant zwischen allen Waffen zu wechseln, die es im Spiel gibt, über ein Dutzend. Das ist so Gigabrain gewesen, aber Leute waren dann, ich kann das irgendwie nicht direkt irgendwie umsetzen und es fühlt sich irgendwie... Ohne überhaupt auf die Vorteile des Systems jemals einzugehen. So, selbst wenn du es irgendwie nicht magst. Ich habe von noch nie zu Wonderful 101 irgendwas gesehen, wo es so... Ja, die Vorteile sind hier offen auf der Hand und das kannst du deswegen machen und bla bla bla, aber irgendwie fand ich das ein bisschen zu... Nee, es ist einfach... Nee, es hat sich für mich halt irgendwie ein bisschen komisch angefühlt und dann muss nicht weiter drüber nachgedacht werden. Das ist so das grundlegende Problem immer. Weil es einfach so oberflächlich... Fühlt sich das gerade für mich gut an, ja oder nein? Und das war's dann in den meisten Fällen. The Kingdom und da konnte man nach den letzten Previews ja durchaus Sorge haben. Ich kann aber Entwarnung geben, denn die meiste Zeit lief das Spiel in der Testphase sowohl im Dockt als auch im Handheld-Modus, dort dann mit etwas reduzierterer Auflösung, mit recht angenehmen 30 FPS. Allerdings habe ich auch regelmäßig gemerkt, dass die schon ziemlich betagte Switch-Hardware mit... Alter, come on. Also, wir haben im Video schon genug Stellen gesehen, wo das offensichtlich keine smoothen 30 war die ganze Zeit. ...dem World Oshii spürbar zu kämpfen hat, was sich beispielsweise in groben Texturen, flimmernden Schatten oder deutlich sichtbaren Performance-Einbrüchen in bestimmten Gebieten und Kämpfen sowie beim Benutzen der Ultra-Hand äußert. Und ja, das ist ärgerlich, schmälert den ansonsten ordentlichen technischen Gesamteindruck aber nur hier und da. Denn Hyrule ist erneut mit einer solchen Liebe zum Detail gestaltet und bietet ein derart beeindruckendes Gefühl von Weite und Freiheit, wie ich das selten in einem Spiel erlebt habe und was immer wieder Lust macht auf den nächsten Erkundungsgang. Ebenso übrigens wie die zahlreichen ohrwurmverdächtigen Musikstücke, von denen... Aber müsste das nicht in eurem objektiven Testkasten dann auffallen? Sollte es da nicht dann trotzdem 10 Punkte abzugeben oder so? Oder sind Wertungen doch gar nicht? Ist es doch einfach nur aus dem Arsch gezogen? Oh nein! Ah, im Shrinking! Wenn ich beim Test schon nach kurzer Zeit die meisten ganz unbewusst mitgesummt habe. Obwohl... Ja, das, was ich hätte sagen sollen, ist so in Konstanten 30. So, ja, wenn du halt 60 hast und dagegen 30, dann ist es grade im Gameplay, würde ich das auch jetzt weniger als Smooth 30 bezeichnen, sondern eher als Konstante dann in dem Fall. Die Ding, der Joikis Bläut hier. Nein, die Waffentasche ist voll! Seine Op-World sowie den unzähligen Details und Ideen darin besticht. Wer in Hyrule und den Ebenen darüber und darunter alle Geheimnisse, Aufgaben und Ideen entdecken will, dürfte locker 100 Stunden oder mehr beschäftigt sein. Hier steckt so viel drin, dass damit vermutlich alle glücklich werden dürften, also sowohl komplette Zelda-Neulinge, als auch alle, die Breath of the Wild wie ihre Westentasche kennen. Tears of the Kingdom ist von einigen kleineren Mängeln abgesehen, Genre-Fans greifen zu, aber auch alle anderen. Genau das Highlight geworden, das sich viele erhofft hatten und das in keiner gut sortierten Switch-Sammlung fehlen sollte. Das ist auch so eine Floskel am Ende. Oh, wirklich, wirklich. Also wenn sich jemand wirklich Sorgen darum machen sollte, dass irgendwelche KI-Systeme ihre Arbeit ablösen, dann sind das Gamestar-Redakteure, es tut mir leid. Ja, es tut mir ehrlich gesagt. Also es tut mir leid für die Jobs dann, aber es tut mir ehrlich gesagt nicht leid, wenn man sich scheinbar innerhalb von 20 Jahren keinen Deut weiterentwickeln kann. Und dann, weißt du, dann tut's mir dafür nicht leid. Mir tut's für die Leute an sich leid, aber nicht für irgendwie die Arbeit. Ja, jetzt müssen wir nicht mehr spielen. Ich komm halt morgen Abend erst dazu. Ich komm halt morgen Abend erst dazu. Ich muss das bei Mediamarkt morgen abholen, meine Edition. Und ich hab halt abends dann den Wagen erst. Das heißt, ich werd dann sowieso noch erst am Spätabend drauf zugehen können. Aber ich werd wahrscheinlich auch den kompletten Freitag und wahrscheinlich Freitag und dann bis zum Samstag-Stream irgendwie den ganzen Kram dann irgendwie durchmachen. Aber ja, es ist nicht, wie gesagt, es ist so ein okayer Test. Es ist okay. Es ist ... Also, das Resident Evil 4-Remake-Test-Video, das war katastrophal. Also das war wirklich ... Dass das auf einer professionellen Seite hochgeladen wurde, war halt absolut peinlich nur. Das ist über sowas irgendwie ... Es gibt immer nur irgendeinen Backlash oder so, wenn die Wertung zu niedrig ist oder so. Oder wenn irgendwie die Preview-Sachen positiv waren und dann ist das nachher irgendwie niedrig geworden. Aber wenn irgendwie die Videos an sich scheiße sind, dann passiert irgendwie nix, weil ... Keine Ahnung, die eigentliche Qualität an den Sachen irgendwie scheißegal ist scheinbar. Naja. Aber ja. Also, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich werd Tears of the Kingdom nicht streamen. Das ist ... Zumindest für den ersten Playthrough ist das halt so ein Ding, was ich eher für mich auf jeden Fall dann machen will. Und dadurch, dass ich auch nicht so viel Zeit habe, leider ... Es ist jetzt leider kein Spiel, wo ich mich jetzt so vier, fünf Tage reinfallen lassen kann. Es gibt noch genügend andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Aber ... Ich werde schauen, dass ich für den Montag nen Ersteindruck-Video auf jeden Fall mach.